Willkommen zurück bei Let's Play Half-Life Source. Ich bin's mal wieder, euer MrSask63. Ich begrüße euch herzlich zurück. Und wir sind gerade hier stehen geblieben. Oh! Nichts gut. Ah, so geht's auch. Äh. Ach. Fisch. Bände. Tada! So. Gehst du mal da aus dem Weg? Okay. Ah, jetzt können wir das Teil da verschieben. Ah, jetzt können wir da durch, oder wie? Ja, okay. Okay, alles klar. Dann auf ins Minecraft und weiter geht's! Juhu! Äh. Gut. Äh, anscheinend... Oder hoffentlich müssen wir uns nicht allzu viel in Blöden gefahren. hier drin aussetzen. Das wäre nervtötend. Ui. Äh. Ja, wir... Ja, wir müssen hier durch. Wir haben ja, äh, jetzt den Weg freigemacht. Scheint mir der richtige Weg zu sein. Dann wäre er geladen. Oh oh, das klingt nicht gut. Oh Gott, das sind... Oh, auch noch im Kreis drin. Mann, wie unfair. Bäm. Geht doch. Waren das alle? Hoffentlich. Ich hab jetzt ein bisschen viel Moni... Oh, ihr Mistkerle. Ihr wollt unbedingt, dass ich hier durchfahre, oder? Davon ist einer. Da bin ich mir sicher. Bäm. Bäm. Bitches. Nein, nein, nein. Fahr nicht weiter. Oh Gott. Oh Mann. Das war... nicht gerade so toll. Ich hab nicht allzu viel Leben übrig. Das ist blöd. Splöd. Na komm her. Oh, ich hab voll daneben gezielt. Trotzdem getötet. Okay. Nein. Ich hab Angst. Das, wo berechtigte Angst ist. Sollen wir ab... Ah, ne, okay. Speichern wir mal nicht ab. Das schaffen wir auch so. Hoffentlich. Hallo? Hallo? Niemand da? Da unten ist doch bestimmt jemand. Ah. Toll. Noch weniger Leben. Yeah. Gut. Jetzt machen wir folgendes. Wir machen einen neuen Spielstand. So. Und speichern so ab. Bäm. Äh, versuchen wir es jetzt mal mit der guten Schotty. Okay. Wir müssen da durch. Danke. Arschloch. Autsch. Au. Hey. So. Schön Zeit lassen. Da kriegen wir das auch hin. So zum Beispiel, Bitch So, jetzt gleich der nächste Ich glaub, das müssen wir ein bisschen anders machen Okay, den ersten mal mit der Shotgun So schön nachladen Fuck, ich bin aufgestanden Äh, komm jetzt Ah, wie soll ich das denn hinkriegen, Mann Ich stell mich echt zu blöd an, oder? Kann das sein, dass ich mich zu blöd anstelle? Fragezeichen? Ich schätze schon Oh, was zum Ey, also das hätte ihn jetzt wirklich umbringen Da, ey So, jetzt bin ich so mies und speicher Ab Äh, wo war es? Hier Ne, sorry Leute, aber das muss sein Mit 10 Leben Naja Erstmal unlocken Ich bin ganz klar geduckt Hundertprozentig Arsch Vielleicht sollte ich noch mal eine legen Nur so just for fun Komm schon Habt ihr davon Sieg Äh, ja Ja, gut Ah Gegen Goran Freeman Habt ihr nun mal Keine Chance Ja, ihr habt wirklich keine Chance So, wir brauchen aber dringend Leben Aber wir haben anscheinend keins Nett, oder? Aber vielleicht ist da drüben was Jei Naja, okay, ein bisschen Aber nicht sonderlich viel Das ist viel zu wenig Mal wieder Das ist immer viel zu wenig Leben Das ist echt schlimm Hm Was war der hier? Ach, da ist ja Leben Dass ich das einfach so übersehen hab Oh man Das kann Sowas kann wirklich nur ich übersehen, oder? Ja Ich suche hier umständlich den Weg Dabei muss ich nur das Ding raufziehen Ist klar Ist klar So dumme Fehler mach wirklich nur ich Bam Nicht mit mir, mein Freund Nicht mit mir Ah, hier sind die Minen, die ich losgeworden bin Jetzt haben wir doch schon mal im Voraus ausgeräumt Jetzt müsste eigentlich doch gar niemand Ja, wir haben im Voraus aufgeräumt Nice Das heißt, niemand wird uns während unserer Fahrt stören Wahrscheinlich Wer wird doch Da werdet ihr alle sterben, meine Freunde Ihr werdet alle sterben Na, machen wir's lieber doch nicht so aggressiv Autsch Da hinten sind noch mehr Nerd Gut, dass ich gespeichert habe, oder? Hm Ja, da muss ich so eine Bombe zünden Das ist fast die einzige Möglichkeit, die loszuwerden Muss ich gerade gleichzeitig, äh, zwei Bomben in die linke, in die linke Richtung zünden Und eine in die rechte So könnte es vielleicht hinhauen Gleich nach dem Ladescreen speichere ich mal schnell So Bitte sag, ich hab alle Au Au Das sind viel zu viele Au Selbstzündung auch gut Okay, versuchen wir's mal so Arsch Bitch Bitch Noch einer? Da ist bestimmt noch jemand Wow Hab ich sie erwischt? So geht das Auch noch mehr Wir kommen dann Ja, wir sind Jetzt Obrig